Am Donnerstag, den 30. August, wurde in Monaco die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2018-19 ausgelost. Spox hat alle Informationen zur Gruppe des FC Liverpool im Überblick und verrät, wie der Spielplan der Reds in die Champions-League aussieht. Insgesamt sind vier deutsche Teams in der Champions-League vertreten, Bayern, Schalke, Hoffenheim und Borussia Dortmund. FC Liverpool, Champions-League 2018-19 Auslosung und Gruppe Vorjahresfinalist FC Liverpool trifft in der kommenden Saison in Gruppe C auf Paris Saint-Germain, SSC Neapel und Roter Stern Belgrad. Das ergab die Auslosung in Monaco. Team Top Paris Saint-Germain Top 1 SSC Neapel Top 2 FC Liverpool Top 3 Roter Stern Belgrad Top 4 Wann findet das erste Champions-League-Spiel des FC Liverpool statt? Die Reds starten mit einem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain in die neue Spielzeit. Die Partie findet am 18. September um 21 Uhr deutscher Zeit statt. FC Liverpool in der CL-Gruppenphase, Spielplan, Termine, Paarungen hier gibt es den Spielplan der Reds im Überblick. Datum an Stoßrunde Begegnung 18 September 21 Uhr 1 Spieltag FC Liverpool, Paris Saint-Germain 3. Oktober 21 Uhr 2 Spieltag SSC Neapel, FC Liverpool 24. Oktober 21 Uhr 3 Spieltag FC Liverpool, Roter Stern Belgrad 6. November 18.55 Uhr 4 Spieltag Spieltag Roter Stern Belgrad, FC Liverpool 28. November 21 Uhr 5 Spieltag Paris Saint-Germain, FC Liverpool 11. Dezember 21 Uhr 6 Spieltag FC Liverpool, SSC Neapel Fk Liverpool Das Abschneiden in der Champions League Die vergangene Champions League Saison endete für die Reds erst im Finale mit einer Niederlage gegen Real Madrid, die aufgrund der Verletzung von Superstar Mohamed Celle und zwei Torwartfehlern von Loris Karius zu einem Drama für sämtliche Anhänger der Reds wurde. Davor war der FC Liverpool zuletzt in der Saison 14 15. in der Königsklasse vertreten und scheiterte damals in der Gruppenphase. Der letzte Titelgewinn im größten europäischen Klubwettbewerb liegt schon 14 Jahre zurück. So schnitten die Reds in den vergangenen Spielzeiten ab. 17 18. Finalniederlage gegen Real Madrid 16 17. Nicht qualifiziert 15 16. Nicht qualifiziert 14 15. Aus in der Gruppenphase 13 14. Nicht qualifiziert Champions League 2018 19. Live auf der Sender Streaming Dienst. Das DAZN teilt sich ab der Saison 18 19. Die Übertragungsrechte mit dem Pay-TV-Sender Sky. Bei welchem Sender die Gruppenphase der Champions League live zu sehen ist, erfahrt ihr hier. Über 100 Spiele der UEFA Champions League werden bei DAZN im Livestream zu sehen sein. Außerdem überträgt DAZN jedes Spiel der UEFA Europa League und zahlreiche Partien der Premier League Serie, Liga 1 und Primera Division. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist im Abonnement gratis enthalten. Werbung Werbung Der erste Monat ist im Abonnement gratis.